Hey, alle mal herrschen! Nein, 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 nein! Nein! Ah, nicht da! Oh, retten Sie ihn! Waren Sie nicht mal Rettungsschwimmer? Nein, nein, ich hab nur einen gespielt. Rett ihn besser, David. Ist sonst ein Haftpflichtfall. Oh, ah, scheiße! Wieso rennt er denn in Zeitlupe? Okay. 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 Alles klar. Eins, zwei, drei, vier, fünf! Atme! Er atmet nicht! Ich brauche Hilfe! Kleiner Mann, komm her und hilf mir! Okay, wenn ich sage, atmen, atmest du! Eins, zwei, drei, vier, fünf! Atmen! Eins, zwei, drei, vier, fünf! Atme, kleiner Mann! Eins, zwei, drei, vier, fünf! Komm schon, Meister! Komm schon! Oh! Oh! Oh ja! Oh nein! Oh! Wow! Der erstickt! Halt durch, halt durch! Ich rette dich! Ich rette dich! Ha! 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 Alles klar, kleiner Mann? Geht's wieder? Ha! Ha! Harry! Wo zum Teufel hast du gesteckt, hm? Ich hab grad zwei Menschen das Leben gerettet und du stehst da und lässt den runterholen. Du bist für die nächsten fünf Minuten gefeuert, bis ich mich wieder beruhigt habe. Input! Hein! Ha! Schicksal! �ہ